Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 4, Part 2. Mal gucken, was da für Probleme sind. Ja, das Spiel sieht tatsächlich immer noch verblöckend gut aus. Obwohl das ein total schlechter Konsolen-Proboard ist. Es läuft auch einigermaßen rund, ne? Könnten wir eigentlich mal... Ne, ich hab da einen Afterburner grad nicht mitlaufen. Aber das können wir in der nächsten Folge dann mal machen. Was hat denn das noch mit diesen... Personen hier so auf sich, die hier so... Das ist auch eine Mission hier, oder? Wie geht's? Gut, vielen Dank. Gut. Ja, ich mache gut. Da ist kein ich, da ist nur wir. Es ist ein glückliches System, Comrade. Entschuldigung? Entschuldigung, Comrade. Entschuldigung. 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 Entschuldigung? Entschuldige! Entschuldigung! Shit, Nico. Was hast du getan? Er war zu schnappen mich. Jetzt wird dich töten. Fuck ihn. Look at das, Mann. Screwed. Again. Willst du wissen, warum ich nicht in ein nice condo live? Bange für Frauen? Es ist wegen der Scheisse. Assholten mich. Shut up. Oh, great. Mallory. Hey, beautiful. Yeah, great. Hey, uh, listen, I'm having a bit of a problem at the office. Um, I can't do it. Nico can do it. Huh? Do what? Well, why would you want me then? Well, screw you then. Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hope Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap. My computer and everything. Also Mallory abbon. Okay, let's do that. Yeah, it's actually better to turn the music out. Just because you can't listen to it anymore. It's a mess. Die Musik wirklich gut war oder nicht, darüber lässt sich natürlich auch streiten. Will ich mir heute wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt so geben, aber dieses Spiel gehört diese Musik rein eben. Und, ja, mal gucken. Vielleicht kann man da was modden. Sich zeigen. Copyright-mäßig würde wahrscheinlich eh eine Nummer auf YouTube, daher kann ich es doch bleiben lassen. So kann ich es doch bleiben lassen, dann. Hi, how are you? I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? Snuggie sagt es mir. How are you finding America, Nico? Not exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take her number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even chains out of those things on the journey. How are you going to impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get it. Damn! Ah! I think it's always the same thing with the cars, right? Yeah. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hall. Go and get something a bit more 21st century. Tja, let's go and get us to the house. We're going to get us to the house. We're going to get us to the house, but we're going to get us to the house. We're going to get us to the house. Ja, ist ja gut, ey. Ein paar Gleens anprobieren. Ja, komm, mach. Das passt schon. Ein paar Schuhe. Hilfe. Na, ich weiß ja nicht. Hier geht man hier zurück. Ehm wegzulegen, okay. Sneaker. Ja, komm, dann kann man machen. Vielleicht haben wir eine andere Jacke? Die eher nicht, ne? Was haben wir denn hier so? Das ist ja wohl gar nichts. Hm. Na ja, mach, mach. Sieht ja einigermaßen aus, ne? Kopfbedeckung. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja, komm, dann raus hier. Dann können wir jetzt mal eine Runde speichern. Hm. Okay. Erstmal speichern wir jetzt hier. Guck mal eben fix. Könnte sein, dass meine neue Tastatur ja nicht so toll ist für die Aufnahme. Hey, Nico. Es ist Michelle. Wir haben mit Mallory, Roman's girlfriend. Ich weiß nicht. Was ist das, Michelle? Ich weiß nicht so, aber ich dachte, dass du wahrscheinlich ziemlich leidest, dass du in Liberty City bist, einfach in Liberty City und all. Du bist nicht so, was? Du bist nicht so schwer für mich, hast du? Ich frage dich auf ein Datei. Entschuldigung. Ich bin noch nicht so, wie es funktioniert hier in Amerika. Ein Datei wäre gut. Ich bin immer verrückt, um mit Roman zu sitzen zu sitzen. Wie kann ich dich von deinem Apartment holen? Das klingt gut. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns bald. Okay, dann. Fahren wir mal zu ihr hin. Aber nicht in dieser Taxi-Krücke hier. Das wird mir ja blöd. Na, kriege ich den noch? Nö, natürlich nicht. Ah, der wäre doch okay, ja. I don't want to have to hurt you. Karin Fudo. Mhm. Hat so'n bisschen was von dem Vento, ne? Jetta, MK2. Niko! Glitter hat mich in der Kurs, unter dem L-Train und Feuerflang! Was will er? Oh, ich kann nicht denken, was er möglichen könnte! Oder warum würde er mich verletzt werden! Kannst du? Kommt, Leute! Lass uns ruhig sein! Du musst mich ein bisschen mehr verletzen. Ich würde es wirklich empfehlen. Tja, muss ich ihm wohl erst mal helfen? Guck mal, wo ich da hinfinde, wo ich da hin muss. Fette Roman, ja. Ich bin unterwegs. Das geht's. Oh, fuck! Oh, fuck! Ugh! Oh! Jetzt gibt's noch für zwölf! Autsch! Autsch! Ich quäle hier die Maus! Ja komm, haut schon einen auf, ey! Das gibt's da einfach nicht! Autsch! Das ging früher mal besser gefühlt, aber gut. Putsch! Oh! Oh! Oh man, lauf doch, du assch! Lauf! Oh! Ja, steig rein, wo ist er denn hin? Seh ihn nicht! Oh man, oh man, oh man! Oh man! Oh Gott, nö, ne? Steigerbomb ist manchmal so, naja, ne? Um! Put your foot down, cousin! Mal hinterher hechten hier. Hmm. Boah, ist das wohl erledigt, nee. Puff. Immer mit diesem schäbigen Taxi, ey. Jungs, ey. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin? Of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. Story is of course... Cool thing like before, right? I think I am the one who is doing this thing, I am the one who knows pretty well, right? For those who don't know this story, I don't always have anything wrong. Haha. Puff. This thing does not sleep here. Yep. Duh. 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 gut oder besser.